So, Recognition, das heißt 25.000 bezahlen und gleich wieder loslegen. So, a multi-million dollar question. What impulsive purchase did Mr. Rubio make after we robbed him last time? And will he ever learn? I think not. We use our usual entry point for reconnaissance. Light aircraft used by Mr. Rubio's smuggler teams. I have tracked such a plane on its most recent visit to Los Santos. The coordinates are with you now. So nah am Fahrzeug, ja klar, so nah am Flugzeug töte ich den nicht. Nicht, dass Flugzeug noch beschädigt wird. You have got the plane. Good. Now, fly south. Then keep flying south until you hear the sound of angry blonde Colombian untroubable beach. Now, coordinates are with you now. The skies should be in back of plane. You can change on the way. And leave your weapons. Mr. Rubio will not trust smugglers. The guards will shoot you on sight if you are armed. Error. Now, let's go. So, let's go. Now, let's go. Jetzt darf ich endlich wieder etwas vernünftiges tun, nämlich da die Zusatzbeute und Hauptbeute finden und eben wieder hoffen auf den Pink Diamond. Ich bin jetzt schon die ganze Woche gehypt, aber danach umso enttäuschter, wenn es nie so weit kommt, dass da der Pink Diamond dann tatsächlich da im Tresor ist, oder in diesem Glas, in dieser Glasvitrine. Kokain ist schon mal gut, noch mehr Kokain. Noch mehr Kokain, das ist ja erfreulich hier. Nur die Neugierde habe ich, kann schon aufhören damit mitsuchen, weil ich habe zweimal Kokain. Also ich habe, was ich brauche. Doch ich fahre einfach direkt durch zum Turm. Ich gehe bei den anderen Orten gar nicht mehr schauen wegen Zusatzloot, weil ich bin da vollauf zufrieden. Ich fahre hier normalerweise nicht durch. Naja, egal. Naja, egal. Ich habe wirklich wieder Lachs, also ich kann überhaupt nicht mehr steuern, das ist ja... Hoffen wir, dass es jetzt klappt. Puh, es war knapp. Da wirklich Probleme, wie man das hängt mit dem neuen Release zusammen, also mit den Änderungen der Woche, dass da irgendetwas noch hoch wird oder so. Vollkommen Lagi, das Spiel. Schon warten, bis der ruhig ist. Dann geht es auf zum Toren. Ja. 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 Ich bin in. Die App ist auf deinem Handy. Wir machen ein bisschen window-schöpfung, ja? Da sind wir. Ja, endlich! Der pinke Diamant. So, der Vollständigkeit-Habo gehe ich da auch noch zum Haupt-Doc und schaue, ob dort was ist. Aber das wird ja fantastisch. Der Pink Diamond und zweimal Koks werde ich holen können. Das ist die maximale Beute, die ich alleine holen kann. Wunderbar! Herr Petzlar! Also darüber und zur Vollständigkeit halber schauen, aber eigentlich dort beim Flughafen oben, das ist einfach genug, gehe ich übers Norddok rein und fahre dann hoch mit der Longfin zum Flughafen, hole im Hangar zweimal Koks ab und gut ist. Ja, da ist gar nichts, so jetzt lasse ich mich erwischen, schaue nochmals auf die Karte dann. Lass mich erwischen damit ich möglichst schnell zurück komme zum Flughafen. Nochmals auf die Karte geschaut, aber eben, wie gesagt, hier war ich gar nicht schauen, da hatte es nichts, hier zweimal, ich habe dreimal Koks hier, also einfach hier nach oben, zweimal Koks füllen und gut ist. Weg, dann ist es auch gespeichert. Und ich habe den Pinkel Diamanten, wunderbar, endlich. Eine ganze Woche darauf gewartet. Ja. 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 Ja.